Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Donnerstag, der 13.12.2018 um 7.43 Uhr. Ich bin relativ spät dran, was daran liegt, dass ich erst um 1 Uhr zu Hause war und dementsprechend auch erst 1.20 Uhr oder so im Bett. Eigentlich wollte ich bis 7.30 Uhr pennen, aber ich bin dann 6.30 Uhr wach gewesen, dann nochmal 7 Uhr und dann bin ich aufgestanden. Jetzt bin ich bereit für einen neuen Arbeitstag. Ein bisschen müde bin ich noch, ich glaube ich habe unter 6 Stunden Schlaf bekommen. Aber ich will mich nicht beschweren, denn Benni hat, glaube ich, noch weniger bekommen. Er musste um 5 Uhr wieder raus und ist um kurz nach 12 Uhr ins Bett. Ja, wie war der gestrige Tag? Ich war arbeiten, dann waren wir Weihnachtsfeier machen mit der Firma. Wir waren im Christmas Garden im Botanischen Garten in Berlin-Steglitz. Das war echt sehr schön. Wir sind da anderthalb Stunden durch so einen beleuchteten Pfad oder über so einen beleuchteten Pfad gelaufen. Ich habe ein paar Bilder gemacht. Ein, zwei Bilder stelle ich wahrscheinlich nochmal auf Instagram hoch. War, wie gesagt, ein schöner Abend und danach sind wir noch in so eine Holzhütte gegangen und haben gegessen und getrunken. Und es sind sehr witzige Bilder mit einer Kollegin von mir entstanden. Wir haben uns weggelacht. Ich glaube, wir waren der lauteste Tisch im ganzen Etablissement. Aber so ist das nun mal. Und ja, danach irgendwann um halb acht bin ich abgehauen mit einer der ersten gewesen, die gegangen sind. Und dann bin ich zu Benni nach Hause gefahren. Dort warteten schon Benni und Jermaine. Und wir haben uns Captain America 2 angeguckt. Dingstar Returns. Ne, wie hieß denn der Film? Keine Ahnung. Also Avengers war es nicht, sondern wir haben mit Captain America erst mal weitergemacht. Benni stellte dann irgendwann fest, oh, den kenne ich doch schon, aber nur Teile davon. Und so haben wir den dann zu Ende geschaut. Gut. Außerdem hat Jermaine für uns gekocht. Er hat für uns Leberkäse mit Ei überbacken und Toastbrot drunter gemacht. Das war sehr lecker. Sowohl Benni und ich waren so ein bisschen am Schwächeln. Aber Jermaine hat uns angefeuert, sodass wir alle unsere drei Stücken verspeist haben. Dann gab es noch ein bisschen Glühwein und wie gesagt dann der Film. Und irgendwann um viertel vor zwölf sind wir da wieder los. Jermaine hat es voll nah. Der ist mit der M10, glaube ich, direkt bis nach Hause gefahren und war dann um zwölf zu Hause. Richtig schnell. Und ich habe ein bisschen länger gebraucht, denn ich musste mit der Tram zum Hauptbahnhof und dann vom Hauptbahnhof nochmal mit dem M85er zu mir fahren. Ich war dann wie gesagt 0 Uhr 40 oder so was, eine Dreiviertelstunde später oder so zu Hause. Naja, und jetzt gucken wir mal, was sich heute so tut. Arbeiten von etwas später, wahrscheinlich von 8.30 Uhr oder so bis 17 Uhr oder so, werde ich heute machen. Streamen gibt es heute immer noch nicht. Ich habe jetzt gestern und vorgestern nicht gestreamt. Heute wird es auch keinen Stream geben, aber morgen geht es dann wieder los. Morgen spiele ich Fallout 76, glaube ich. Das heißt, ich kann heute wieder auf Stream schön Fortnite mit ein paar Leuten zusammenspielen. Also wer Zeiten Lust hat, sagt einfach mal Bescheid. Der Max ist bestimmt dabei. Das ist sozusagen unser Zugpferd in Fortnite. Fortnite und dann gehen wir da wieder ein paar Runden kämpfen. Adventskalender, eine Lindorkugel heute in blau, ein Gewürz genannt Kardamon, Kardamon Bio, irgendwelche ganzen Kerne. Ich weiß gar nicht, wofür man dieses Gewürz benutzt. Es wird im Rezeptbuch stehen. Und natürlich Tee. Heute haben wir Marzipan-Räubusch aromatisiert in einer wunderschönen orangenen Tüte mit einer Teetasse drauf. Das ist mein Adventskalender von heute. Mal gucken, was morgen drin ist. Heute ist, wie gesagt, der 13.12.2018 um 7.47 Uhr mittlerweile. Ich mache mich jetzt auf den Weg ins Büro. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und wir hören uns dann morgen beim nächsten täglichen Vlog. Bis dann. Tschüss.